Guten Tag, herzlich willkommen in Sasa Language School. Ich heiße Irina, ich komme aus Wladimir. Zurzeit wohne ich in Moskau und arbeite seit mehreren Jahren an der ersten Moskauer staatlichen medizinischen Universität von Sechenov als Deutschlehrerin. Außerdem bin ich auch an der Universität als Dolmetscherin und Redakteurin tätig. Meine Studenten brauchen Deutsch, um in Deutschland vor allem im Bereich Medizin weiter zu studieren oder zu arbeiten. Schon viele Jahre unterrichte ich Deutsch auch per Skype. Ich bereite meine Studenten zu verschiedenen Prüfungen vor. Heutzutage ist die deutsche Sprache sehr gefragt. Viele Menschen lernen Deutsch als die zweite Sprache. Da brauchen sie Deutschkenntnisse für Arbeit oder für Studium. Deutsch ist immer attraktiv, modern und aktuell. Wenn Sie sich auch für Deutsch interessieren, freue ich mich auf unseren Unterricht per Skype. Rufen Sie in Sasa Language School an. Tschüss!